so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play lucia part 42 und nach dem peinlichen ausfall aus ausfall 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 vom letzten mal muss ich ja jetzt noch mal komplett neu anfangen mit dem dann ich habe völlig vergessen ruhig war das hier mal kurz nach dem eingangs warum warum hast du nur so wenig leben maximus soll das das bitte ein naja gut tut mir kurz wie bei den heilen und dann geste ist das alles ob als ob oh mein gott es kann nur besser werden hier heilen 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 so und jetzt aber ja komm wo wir die tür da offen ist wollte ich dann dadurch ich weiß ich nicht mehr ich gebe noch mal kurz lang aber gutes monster steht ja noch das monster hier ich hoffe dass ich das jetzt schaffe in der runde hier noch einfach zu töten das für schön dies geht doch hier und was geht hoch xp mein gott wir kommen also sein heilen und weil er jetzt ich hoffe so sehr ja doch okay war richtig genau dass ich jetzt diesen ganzen cancer dann nochmal machen muss das ist immer noch vertragen juckt nicht und fertig schön schön es könnte doch immer so sein aber ist es halt nicht so hier die etage hatten wir schon vollständig abgeschlossen ich vergiss es war konnte sich doch mal früh ist angesprungen hallo sollten das dazu hast du keine berechtigung ja hier zack so so dass hier hier waren wir schon ist komplett fertig na ja doch das stockwerk hat noch komplett abgeschlossen dann gibt es noch höher höher und höher und höher und höher das ist die aufgabe nur ein schalter ist richtig die anderen sind wichtig ok was was soll ich tun ich schätze das war was nein nein ok der große ist also ganz in der mitte also ist wahrscheinlich doch der ja ok ist der 323 241 5 3 2 4 1 ok ist doch der andere ach man 1 2 3 5 4 ok jetzt aber kommt schon 1 2 3 was bin ich wirklich so durch 1 2 3 1 2 3 und fast ist doch hier ja und ich denke ich bin blöd an schon wieder wie komme ich denn da rüber ich muss kurz nachdenken 3 2 4 1 5 3 2 4 1 und dann ist dadurch da kommst du nicht mehr hin ach Gott bin ich denn nicht zack Traum so hier komm du solltest kein Problem sein geht doch das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht so gegen dich würde ich bitte nicht kämpfe geh weg gut what the fuck komm ich hier durch nein ok ich bin ja gespannt welcher weg der richtige ist ok was was soll ich machen was was ist denn hier mit dem Rätsel oh ok gut muss ich merken jetzt bin ich hier links gegangen ich bin echt ich bin wirklich rumgekommen ein paar von denen jetzt zu erledigen alter komm kannst du gehen weil es nicht so viele Monster rumlaufen alter ich kille einfach mein Maxim hier fast mein einzigen egal fuck this fuck this kann auch nicht so schwer um jetzt hier durchzukommen geht doch ich glaube ich glaube einfach weiter ich glaube einfach weiter mal gucken wo ich rauskomme an denen komme ich wohl gleich nicht vorbei oder doch what the fuck ist das schön grandios danke das neue abgest verfügbar sind windows damit hilfst du mir sehr weiter vor allem jetzt eine aufnahme nicht dass es leckt oder so nein ok hier bringt mir das gar nichts komm ich unten weiter ok mal warum musste dann jetzt so rum nerven was 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 wie ich den da anmache was passiert dann ah ist das gar nichts toll der geht immer noch weg der geht immer noch weg wenn ich den stein hier hinschiebe dann was passiert dann ah so macht das Sinn alles klar ok das ist echt cancer gleich komme ich hier weiter und dann werde ich mich da hoch schieben ok 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 oh what ach oh mein gott nicht dein ernst ich muss die kiste dafür nehmen ok das ist doch könnte jetzt spielzeit gestrecke hier zählen wir nichts anderes so so dahin mit ihr so jetzt aber ich werde mich eingelassen wird die rätsel war jetzt zum ende spiel ist auch nicht mehr leichter ne das ist schon ein bisschen sehr du naja natürlich natürlich da mache ich direkt der marktrete ernst da macht er ernst sonst klatschen nämlich hier weg ja hier kommen gibt den gotterschlag gibt den kratenschlag ok wow one hit heftig ok naja gut die zwei punkte waren doch ein bisschen sehr verschwendet aber so viel schaden wie ich hier fresse ist das dann auch egal ok da kommt er auch wieder hoch gut dass ich diesen weg zuerst gewählt habe bloß gut oh mein gott hätte ich das nicht getan hätte ich wieder ewig schlüssel gesucht aber gut eine gewisse person die ich erkenne hätte das bestimmt gefeiert nicht wahr naja ich hoffe die person wird sich das angucken und sich in den kommentare melden mal gucken aber wie dem auch sei ja komm da 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 lass dich doch alle naja gut wir haben Präbi dann müsst ihr euch ganz gut durchschlachten können ja die sehen die gleiche aus als sie sind so und da wollen sie einfach drei viertel tun nois warum hätten sie so viel aus warum machen sie so schon gut naja gut wir gut nicht unbedingt aber naja ist auch nicht ok ein windelstein mal gucken wie gut er ist ein geistering aha und ein geisterkleid ok schauen wir mal ob das an mein jetziges Fittment rankommt und naja so richtig geil ist der jetzt nicht ne kommt man sparen was habe ich noch bekommen ähm was habe ich noch bekommen minnestein ne ok von dem habe ich schon welche und was habe ich noch bekommen gehabt den geisterring ne hat sich nicht gelohnt hat sich nicht gelohnt fuck ach man naja gut die wir sind noch leicht gut die wieder gehen die wieder gehen man lass mich doch durch hier so gut wie kein schaden mag hauptsache mich aufhalten ok es hat doppelte schaden gemacht ups da tut es richtig heilen wenn schon denn schon ja zack 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 los team und fertig jetzt geht doch gut naja was macht denn das schönes naja ok angliff tut auf jeden fall gut drücken das hd so wie es zu gut ja komm das macht gut angriff ach komm schon außerdem ist auch nur sonst ordentliche zornfähigkeit das kann man sich doch gönnen nicht das begutzt was ausmacht weil er sowieso den krakenschlag aber ein bisschen extra spicy Hauptsache man hat es so jetzt werden wir den ganzen spaß runter gehen so äh wie habe ich das gemacht war das so wird völlig verdrängt ne darauf weiß ich nicht hinaus what 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 und hier nicht wirklich und hier gar nichts hä what am i supposed to do das ist ja gar nichts ach so wenn ich drauf trete dann ist dem spiel jetzt herzlich egal alles klar wenn ich hier alle drei unten besetze was passiert dann das ist ja gar nichts 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 das hat man schon es gibt ja gerade zwei optionen entweder wie lange nehme ich eigentlich schon auf und ganz kurz gucken oh schon wieder eine viertel stunde ich glaube es ja nicht ach wie soll ich denn hier durch mann bin ich grad zu retarded ganz offensichtlich die kiste hier die tut ja auch nichts zur sache und wenn ich so sprenger passiert vorne nicht viel ne eigentlich ist grad nur zu geil da geht es nur auf what what es gibt es doch nicht es gibt es doch nicht komm gib mir ursprung please das ist die standard aufstellung da geht es schon oben auf da passiert gar nichts da geht sie zu da geht sie oh mein gott nein wie es das jetzt ist oh gott bin ich dämlich ne fake truhe ha ich hätte gerne gesagt bevor ich die kampf gegangen wäre die kennen wir ja noch aus die werte die waren ja süß die kennen wir noch aus der ahnhöhle die klingen ist viecher hier komme ich einfach nur schneller zurück dafür der aufwand ich dachte hier gibt es irgendwas cooles oder so naja gut hinauf hinauf es ist doch einfach jetzt sind wir jetzt ganz oben sind wir hier hat die brust mir vorne nicht schräg kommen raus zu mir so hoch runter ist nicht runter ok ich tue mal noch schnell raum klären und dann bevor es hier weiter geht oh nein sie hat schon weh ich darf mal gucken was es macht den mach ich auch noch schnell kaputt bevor ich dann storytechnisch weitermache werde ich dann einfach noch nach ganz 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 die einfach die folge beenden ha 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 so muss ich ok gut dann er hat er hat ok jetzt mal tatsächlich die dev hoch naja ist jetzt nichts was ich brauche dev habe ich genug angriff brauche ich vor allem ich meine klar ich fress zwar richtig viel schaden aber angriff ist viel wichtiger so ja noch schnell durch was ist denn hier oben ist einfach nur heilungsraum oh fuck off na gut nutze ich die gelegenheit hier jetzt im speicherpunkt die folge zu beenden wenn wir uns dann in der nächsten folge dann die treue beweisen also gut dann würde ich behaupten dass wir uns im nächsten folge wiedersehen und bis dahin bis dahin